Hallo Terra und herzlich willkommen bei Blau oder Schwatt. Hallo Fabian, grüß dich. Terra, Pizza oder Pasta? Pizza, weil mein Vater macht die besten Pizzen auf der Welt. Wir haben ein eigenes Restaurant, also meine Eltern. Und ich esse also sehr gerne Pizza. Deutschland oder Italien? Schwierige Frage. Ich sage nur 51% Italien. Rom oder Mailand? Ich war ehrlich gesagt noch nie in Rom. Ich war nur in Süditalien unterwegs. Ich war einmal in Mailand, deshalb sage ich Rom. Freiburg oder Paderborn? Paderborn. Warum? Ja, weil ich mich hier sehr wohl fühle. Und ja, das war's. Jogginghose oder Jeans? Jogginghose. Das ist gemütlicher. Also, ja, wenn es schnell geht und ich zum Training fahre, dann ziehe ich schon lieber was Gemütliches an, was Sportliches. Aber für abends ziehe ich dann doch gerne die Jeans an. Achterbahn oder Geisterbahn? Geisterbahn. Achterbahn ist mir ein bisschen zu wild. Deshalb Geisterbahn mit ein bisschen Erschrecken, das macht mir Spaß. Wenn es in den Urlaub geht, Auto oder Flugzeug? Ganz klar Flugzeug. Ich hasse Autofahren, schon immer. Deshalb bin ich eher der gemütliche Typ. Bootstour oder Bergsteigen? Bootstour. Ganz klar. Bin sowieso der Meertyp, deshalb. Messi oder Ronaldo? Vom Talent her fand ich immer Messi besser als Cristiano, aber als Profisportler und Vorbild ganz klar Cristiano Ronaldo. Bundesliga oder Serie A? Bundesliga. Weil ich in der Bundesliga gespielt habe und noch nie in Italien. Das war eigentlich mal ein Traum, sage ich mal, oder ein Ziel in Italien zu spielen, hat aber nie funktioniert. Deshalb Bundesliga. Danke dir, Terra. Bitteschön. 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 Vielen Dank.